Hey, der ist zwar richtig schön, muss ich sagen, aber er hat so seine Fehlerchen. Möchte ich jetzt mal so sagen. Du kommst natürlich auch weg. So. Das haben wir jetzt auch alles. Jetzt kommen die Drain-Teile. Ups. Da. Äh. Nein, so würde ich dich nicht haben. Ich wollte eigentlich auch nicht dich da haben. So, Drain-Teile. Da. So, so, so. Jetzt kommen die da hin. Gut. Und jetzt ihr beide. Und jetzt noch du. So, das bedeutet einfach nur, ich muss es höher bauen, damit mir reinpasst. Gut. Machen wir doch direkt. Wir haben noch ein paar Sachen. Kopperohr. Es ist schön, dass wir das Kopperohr jetzt alles bekommen. Aber ohne Zinn nützt uns das überhaupt nichts. Denn wir brauchen Bronze. Um die Query einmal... Ja, Query. Auf jeden Fall eine Query. Was wir hier haben. Ähm. Um die Smeltery einmal zum Laufen zu bekommen. So, und ich hab mir sagen lassen, man sollte sich nicht da reinstellen. Sonst bekommt man gehörigen Schaden und kommt nicht mehr raus, wenn man das so hoch baut. Gut. So. Wir haben da schon Cobblestone drin, ne? Gut. Machen wir mal etwas mehr drin, ne? Mal gucken, was wir damit erreichen können. Es braucht auf jeden Fall schon eine Menge, muss ich sagen. Schade. So, das erste bisschen müsste jetzt gleich fertig sein. Komm. Stone. Werde fertig. Schön, jetzt haben wir... Shadstone. Ein Prozent. Gut. Okay, das ist ziemlich wenig, was wir hier drin hatten. Äh. Gut, das müsste jetzt alles fertig sein. Ein Block. Was? Hä? Gut. Da. Was war das jetzt? Was ist das jetzt für ein Block? Da. Ach. Das ist so ein ganz normaler Block. Okay, ähm... Okay, ähm... Muss ich sagen, gefällt mir jetzt nicht so... Aber in Kombination mit denen hier... Kann man das eigentlich richtig geil machen, wenn man hier so eine Etage immer mit so gestringelten oder... Genau, wir nehmen, ähm... So Abschnitte immer. Genau. So. Ja, ne, die gefällt mir. Äh... So. Wie viele Blöcke kommen da raus? Aus so und so viel Cobblestone kommen zwei Blöcke raus. Gut. Erstmal... Ich möchte keinen Besuch haben. Erstmal meine Storage... Ups. Meine Storage Crate. Oh, da habe ich noch einen. Gut. Meine Storage Crate hier hinsetzen. Und dann... Diese Blöcke einfach mal wegtun. Die brauche ich ja im Moment nicht. Hallo. Jetzt habe ich das hier reingetan. Das muss ich natürlich mit L-Shift... ...da hinsetzen. So. Jetzt wird das groß. Gut. Ähm... Das brauche ich auch nicht mehr. Und die... Ja, komm, ich tue einfach den ganzen Rucksack da rein. Den brauche ich ja im Moment noch nicht. So. Erstmal noch ein bisschen Lava... ...reintun. Und... Kappa. Gut. Jetzt weiß ich, was ich mache. Oh mein... Äh... Gut. ...arbeitet. Ja. Irgendso mit den Shadern. Tut mir leid, aber läuft gerade nicht gut. Gut. Muss ich wann anders mal nochmal neu probieren. Jetzt hole ich mir erstmal... Mein Cobblestone... ...obwohl... Boah, war das knapp. Es ging da etwas tief runter. Etwas, aber nur... Dann baue ich mir aus... ...molten Glas... ...diesem... ...diesem... ...shared Bricks und... ...so noch ein bisschen... ...was zusammen... ...mal gucken, wie das aussieht. Au. Aber erstmal hole ich mir mein ganzes Home... ...sozusagen rüber. Und dafür baue ich erstmal ein Haus. Ich kann ja mal gucken, was die... ...äh... ...was die Turtle unten gefunden hat. Ich weiß, ich arbeite jetzt gerade ziemlich ineffektiv. Weil ich... ...äh... ...nicht einfach alles direkt rüber hole. Aber... ...ich frag mich... ...wie ich das machen soll. Wenn das schon noch nicht... ...oder wenn das noch nicht sortiert ist. ...so... ...wir haben hier... ...Iron... ...Kappa... ...Lead... ...Silver... ...Zinber und Uranium. Brauchen wir beides nicht. Zinn! 38! Geil! So, noch irgendwas... ...was man dringend brauchen könnte. Nö. Gut. Ja, ist ja fast fertig gewesen. Da ist Zinn. Gut. Also hier haben wir noch ein bisschen Zinn. Das bedeutet... ...ja, ich bin hier richtig auf dem Weg nach oben. Ähm... ...ähm... ...das bedeutet, dass wir jetzt gleich... ...das Zinn gut gebrauchen können für... ...unsere... ...ja... ...ja... ...ich denke... ...was? Geht die Sonne schon wieder unter? Oh mein Gott... ...geht das schnell? Also ich kann einmal hinrennen... ...wieder zurückrennen... ...und das war's... ...sozusagen. So... ...Cobblestone... ...rein mit hier... ...hier haben wir da auch noch was... ...genau... ...dann baue ich mir erstmal so ein kleines Grundhaus... ...und kann das danach erweitern... ...nach Belieben... ...ähm... ...ja... ...was mache ich jetzt? Zinn... ...das Zeug... ...das Zeug... ...Zinn... ...das Zeug... ...so... ...sehen wir jetzt noch was... ...nein... ...sehen wir jetzt noch was... ...das... ...Silver... ...gut... ...ähm... ...erst mal kurz hier ein bisschen einsperren... ...ups... ...ein bisschen sortieren... ...so... ...das Holz kommt erstmal... ...ja... ...es kommt genau in das Haus... ...was ich nachher umziehen möchte... ...oder wo ich nachher hinten... ...weg ziehen möchte... ...aber... ...ich kann's gerade nicht gebrauchen... ...genauso wenig wie das hier... ...so... ...da kann auch mal eben das... ...Zapling-Zeug rein... ...und Sticks... ...so... ...was kann ich denn abbauen... ...und was passt noch in mein... ...inventar... ...achso... ...ja genau... ...ich muss äh... ...R drücken... ...um das zu sortieren... ...und... ...was brauche ich denn jetzt im Moment am meisten... ...puh... ...ich brauche jetzt eigentlich am meisten... ...Cobbles... ...Stone... ...und Stone... ...und Lava... ...ich glaube... ...wenn wir das... ...nä, das können wir nicht so einfach in die... ...komm... ...komm ich bau das einfach mal ab... ...so... ...hab das hier bei...